Zombie Apocalypse So, Motor an, Handbremse gelöst und somit kann die erneute Fahrt beginnen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei einer neuen Folge von On The Road, die Truck-Simulation. Heute geht es von Kiel nach Bremen und ich muss jetzt erstmal den, nee, nicht den Rückwärtsgang, ich wollte gerade sagen, den ersten Gang erstmal filmen. Ist natürlich auch nicht schlecht, mal mit dem Dritten anzufahren, ne. So, was sagt das Navi jetzt? Eigentlich müsste jetzt eine Route stehen. Störung im Bordcomputer, eigentlich hatte ich doch eben etwas ausgewählt, dann weiß ich nicht. Von Kiel nach Bremen, also das hatte ich theoretisch angenommen. So, jetzt hat das. Okay, jetzt habe ich eine Route. Ups, jetzt muss ich erstmal auf die Straße achten. Das ist hier gerade ein bisschen schwer erstmal raufzukommen, denn die Fahrzeuge spawnen einfach hier. Aber es sollte schon funktionieren, also der Reihe nach, nach und nach, sollte ich das schon schaffen, irgendwie, wie auch immer, an das Ziel anzukommen. Ja, und ich hoffe, liebe Leute, das wird jetzt nicht so wie in der ersten Folge. Die war ein bisschen, ja, man könnte es so sehen, das war so eine kleine Einführungsrunde von diesem Spiel. Also das war sozusagen ein letzter Test. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass diese Folge heute ein bisschen besser wird, ohne dass ich irgendwie keinen Unfall baue. Aber das ist mir in der letzten Folge nicht so gelungen. Da bin ich ja irgendwie, warum auch immer, um die Kurve gegleitet und bin anschließend voll, wie soll ich das rüberbringen, ähm, hab einen Unfall gebaut, also voll in die Leitplanken gefahren. Falls ihr diese Folge noch nicht gesehen habt, liebe Leute, ihr könnt sie euch gerne noch einmal anschauen, auf meinen Kanal, dann seht ihr dieses Schlamassel, was ich dort erreicht habe. Das klingt jetzt auch wirklich sehr kurios, aber das war wirklich, ähm, nicht schön anzusehen. Also ich glaube, ich bin auch sowieso viel zu schnell gefahren. Dann kam dann eine etwas schärfere Kurve und dann, ja, war es auch schon so weit. Der Lkw ist von der Straße, von der Fahrbahn abgekommen und ist somit in die Leitplanke gerast, samt Anlieger, äh, Anhänger, nicht Anlieger. So, jetzt geht die gleiche Tour wieder los. Wir fahren hier durch diese engen Straßen. Und diesmal versuche ich das wirklich mal sehr realistisch zu fahren. Also ich möchte das schon an das Real Life anlehnen sozusagen. Aber das macht sich auch nicht so gut mit Tastatur. Also mit Lenkrad wäre das natürlich vielleicht was anderes, aber leider besitze ich kein Lenkrad. Also das muss ich dazu jetzt auch sagen. Das wäre aber auf jeden Fall, denke ich mal, ein positives Vorteilerlebnis. Also das ist, glaube ich, noch ein Tick realistischer als mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich glaube, da kommt das Feeling viel mehr rüber. Und da hat man auch das Gefühl, dass man in einem Lkw sitzt. Also ich merke das jetzt mit der Tastatur jetzt ungefähr so nicht. Also ich glaube, da hat man ungefähr das Handling so. Also dann hat man auch so ein Gefühl, denke ich mal, nach der Zeit so ungefähr, wie man mit dem Lenkrad umgeht. Also mit der Tastatur ist das so ein bisschen schwieriger, finde ich. Vielleicht ist das auch so, dass ich jetzt auch nicht übermäßig solche Simulationen spiele, spiele. Also abgesehen von Notruf. Also das ist natürlich was anderes. Also da finde ich das alles ein bisschen besser. Und ein bisschen leichter als diese Simulationen hier. Aber was ich auf keinen Fall sagen möchte, also ich möchte diese Simulationen, also On the Road, die Truck Simulationen, jetzt nicht schlecht drehen. Um Gottes Willen. Nein, also das ist jetzt wirklich ein Spiel, das noch in der Early Access Version ist. Und vielleicht wird dieses Spiel auch irgendwann mal so ein richtig guter Gegner von den Euro Truck. Auch wenn ich in den letzten Videos gesehen habe, in den Kommentaren, dass es jetzt keine richtige Konkurrenz ist. Denn Euro Truck ist natürlich von der Grafik her besser. Also das kann ich schon mal sagen. Also das wusste ich vorher natürlich auch. Ich besitze selbst persönlich auch den Euro Truck Simulator. Und da muss man wirklich sagen, die Grafik finde ich ja viel besser. Also man kann, glaube ich, sogar längere Strecken hinlegen. Also man kann jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das insgesamt sind, von A nach B zu fahren zum Beispiel. Also komplett über die ganze Map, das weiß ich gar nicht, wie viele Kilometer das insgesamt sind. Aber ich schätze mal, dass es mehr sind, als man hier hat, als bei On the Road. Weil ich glaube hier, diese Map ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler als im Euro Truck Simulator. Oh, 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 jetzt wird's knapp. Ui, ui, ui. Na, ein bisschen Grün war noch dabei, also da habe ich gerade noch ein bisschen Schwein gehabt. Das ging gerade noch sehr gut aus, also gelb war es noch. Ach, der hinter mir freut sich bestimmt. Blöder LKW-Fahrer. Der kommt noch rüber und ich muss warten. Ja, so sind sie, ne? Also so sind die anderen Verkehrsteilnehmer. Aber ich mache das heute alles ein bisschen entspannter, als man das merken sollte. Oh, jetzt habe ich wieder das kleine Problem mit den Lenken. Vielleicht muss ich ein bisschen früher lenken oder ein bisschen später. Ich weiß es gar nicht, aber ich kann das noch gar nicht so richtig einschätzen. Zum Vorteil wäre es natürlich, wenn die Straßen ein bisschen größer wären, also dann würde sich das natürlich viel besser machen. Aber ich glaube, jetzt sollte das kein Problem sein. Beschleunigungsspur wunderbar herausgefahren. Jetzt bin ich auf der Autobahn endlich. So, jetzt kann ich sie losgehen. Und ich glaube, das ist sogar die gleiche Autobahn wie in der letzten Folge. Ach ja, liebe Leute, wünscht mir wirklich sehr viel Glück, dass ich das jetzt überstehen werde. Ich gebe jetzt einfach mal richtig Vollgas und ich glaube, ich muss noch... Muss ich jetzt eine Spur rüber? Ich sehe das gerade gar nicht. Also wäre es jetzt der Eurotrack-Simulator, müsste ich das sogar so... Da sind die Autobahnen jetzt nicht so riesig. Also finde ich jetzt zum Beispiel. Ne, ich kann so bleiben. Das ist schön. Also das ist hier ein wunderbares Dreieck. Oder Kreuz, sagt man dazu eher. Das ist die A10 da rechts. Ich fahre auf der A24. Und das natürlich auch schneller, als man eigentlich sollte. Wir sind 80 kmh erlaubt und ich fahre gerade mit knapp 90 kmh auf der rechten Spur. Und ich werde sogar noch überholt, siehst du? Der fällt aber auch nicht so, wie der soll. Der fällt doch locker schon über 90 neben mir. Vielleicht auch sogar an die 100. So, jetzt mache ich das, was man eigentlich gar nicht sollte. Jetzt überhole ich rechts. Das als Lastkraftwagenfahrer. Ich bretere hier gerade komplett über die Autobahn. Mit so einem tonnenschweren Gefährt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wie weit geht denn der Tachometer? Komme ich da bis an die 120? Ich drosse jetzt mal ein bisschen. Das geht nicht. Weil ich sehe schon wieder vor mir, tickt die KI mal wieder aus und fängt ursprünglich an zu bremsen. Ich weiß nicht mal warum. Also das habe ich noch nicht rausbekommen. Warum die KI mitten auf der Autobahn anfängt, prompt abzubremsen. Hier hat man auch wieder so einen Im-Check auf der mittleren Spur. Dieser blaue Pkw. Der bremst einfach ab, wie er gerade Laune hat. Vielleicht merkt er gar nicht, dass er auf der Autobahn ist. Oder ist das vielleicht eine ältere Person? Also dann verstehe ich das natürlich. Hm, ich weiß es nicht. Also das ist auch wieder so ein Thema. Ältere Person, Führerschein. Und naja, also nee, da möchte ich mich jetzt auch nicht weiter reinsteigern. Aber das ist vielleicht gerade so ein Beispiel, wo man sagen könnte, hm, ich weiß nicht. Also nee, ich sag mal lieber nichts weiteres. So, siehst du? Was ist das jetzt hier, bütteschön? Muss ich mir jetzt wirklich persönlich diesen Weg hier frei hupen? Und ich glaube, ich muss sogar rüber. Upsala. Das habe ich ihm persönlich auch nicht gesehen. Aber da muss man auch nicht wirklich so abbremsen. Und mitten auf der Autobahn stehen bleiben. Also das ist ein No-Go, finde ich. Also da kann man schon blinken und rüberfahren. Die Geschwindigkeit beibehalten. Da muss man nicht prompt abbremsen. Das ist falsch. Vielleicht wird das ja hoffentlich noch geändert. Es gibt natürlich noch wirklich sehr viele Macken, sag ich jetzt mal so. Auf Deutsch gesagt. Die man hier verbessern könnte. Aber ich finde, das ist jetzt auch kein Fahren, das unrealistisch ist. Also das macht sich wirklich schon sehr gut. Jetzt ist hier diese Fahrbahn wieder vor mir. Und diesmal fahre ich die mal ein bisschen langsamer. Also ich fahre hier gerade 60 kmh ungefähr. Hier bin ich in der letzten Folge stehen geblieben. Und da bin ich denn in die Leitplanke gerast. Obwohl ich das natürlich gar nicht wollte. Es ist einfach passiert, weil ich A zu schnell war und B zu stark gelenkt habe. Und dadurch bin ich dann irgendwie sozusagen in die Seite geküppt. Und schon stand ich mitten schräg auf der Autobahn. Aber weit und breit kamen keine Retter, keine Ersthelfer. Die KI stand, wo es daneben. Hat vielleicht noch eine gehupt. Jetzt weiß ich glaube ich gar nicht. Eine gehupt haben sie glaube ich nicht. Aber jedenfalls kam da keiner. Hat mir geholfen. Da musste ich wirklich den Rückwärtsgang einlegen und weiterfahren. Also dann habe ich mich auf den Standstreifen gestellt. Und habe diese Folge dann beendet. Was ist denn das eigentlich? Muss man hier tanken? Das weiß ich gar nicht. Was sagt die Tankanzeige? Ich sehe die gerade gar nicht. Ich kann mich jetzt darauf nicht konzentrieren. Nicht, dass ich jetzt wieder von der Fahrbahn abkomme. Ich weiß nicht. Muss ich tanken? Weil ich gerade das Tankschild gesehen habe. Also dass da sozusagen in 100 oder 200 Meter eine Tankstelle erscheint. Da steht bloß Störung Bordcomputer. Also ich glaube... Ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was sind das für andere Anzeigen? Das weiß ich leider nicht. Die Störung kann ich glaube auch nicht beheben. Und ich weiß gar nicht warum da eine Störung ist. Achso, ich müsste erstmal in den Spiegel schauen, bevor ich rüberfahre. Ups. Das ist ja gar keine Spur. Das ist ja der Standstreifen. Also es ist ja bloß eine zweispurige Autobahn. Dreieck. Windstock. Dosse. Oh, 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 oh. Das ist nämlich hier schon zwei Fahrbahn wieder in Anspruch. So, jetzt sind wir auch schon im Dreieck. Dosse. Das ist doch schon mal wunderbar. Also wenn man ein bisschen braun will, ich weiß gar nicht wie lange wir noch braun. Das steht jetzt auch nicht hier, wie viele Kilometer das sind. So geradeaus nach Rostock. Rechts nach Hamburg. 300 Meter auf die A24 Richtung Hamburg. Da fahre ich jetzt aber nicht. Doch, muss ich da hin? Doch. Muss ich da runter? Na klar. Ich muss da Richtung Kiel. Genau. Also Hamburg. Oder... Hä? Doch. Ich muss runter. Das wusste ich jetzt gerade nicht. So, dann fahre ich mal ganz entspannt jetzt diese Strecke. Einfach weiter. Ich konnte es gerade wirklich nicht fertigizieren. Dieses Navi. Aber ich habe mir gerade so gedacht, Kiel, Hamburg, das ist doch eine Ecke. Ungefähr. Da muss ich doch runterfahren. Und schon sieht man, es funktioniert. So wie ich das wollte. So, jetzt sieht man hier auch wunderschön die Landschaft. Und ich freue mich jetzt auch gleich mal durch die Stadt zu fahren. Also, darauf freue ich mich gerade richtig. Aber erstmal muss ich hier von der Autobahn natürlich runter. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen. Weil ich hier muss ihn noch fahren. Diese Folge geht auch schon fast 13 Minuten. Aber es trotzdem, muss ich sagen, es macht mir Laune. Also, es wird jetzt gar nicht langweilig. Denn man hat immer irgendetwas zu erzählen. Mir fällt immer irgendwas ein, was ich hier sagen könnte. Also, jetzt zum Beispiel diese Landschaft. Die Windräder, die drehen sich. Das ist auch ein bisschen windig. Das gefällt mir alles. Es macht Spaß, einfach hier zu fahren. Aber was zum Beispiel stören könnte oder sollte, was mir persönlich jetzt fehlt, sag ich mal so, ist ein Radio. Also, das wäre natürlich ein bisschen realistischer zum einen. Und ein bisschen entspannter, wenn man jetzt zum Beispiel ein Radio hätte. Bei On The Road. Oder vielleicht gibt es da sogar eins. Aber ich habe das bisher noch nicht irgendwie gesehen oder gefunden. Falls es doch ein Radio geben sollte, du, Leute, könntest du mal gerne in die Kommentare schreiben. Und mir vielleicht mal eine Information dazu geben, wo man ein Radio finden könnte. Aber ich bin mir das jetzt noch nicht bewusst, dass es ein Radio hier gibt, wie im Eurotrack-Simulator. Da finde ich es zum einen wirklich richtig schön, dass man ein Real-Life-Radio hat. Da zum Beispiel, mir fällt jetzt nichts ein, ja, halt irgendein Radiosender. Ich weiß gar nicht, was man da alles empfangen kann. Das macht das Spiel einfach mal so richtig realistisch. Was ich hier aber noch nicht gezeigt habe, ist eigentlich das. Guck mal hier. Also, man kann den Sitz hoch und runter machen. Ich weiß gar nicht, wie weit kann ich ihn runter. Ich glaube, das war es auch schon. Oder nee, noch ein bisschen höher könnte ich. Boah, jetzt wären wir gleich unterm Lenkrad. Nee, das ist auch nee. Nee, nee, nee. Nee, das mag ich jetzt mal lieber nicht hier auf der Autobahn. Ich pumpe den Sitz mal lieber wieder ganz nach oben. Nein! Upsala! Das war wieder sehr kompliziert. Ja, das passiert natürlich, wenn man mitten auf der Autobahn mit einer hohen Geschwindigkeit an seinen Sitz rumspielt. Dann passiert das natürlich schnell und man kommt von der Fahrbahn ab. Ja, das ist mir gerade in den Rücken gefallen. Dann habe ich die eine Hand am Sitz gehabt, die andere am Lenkrad. Das Lenkrad ist ruckartig nach rechts geschlagen und ich bin mal wieder in die Leitplanke gefahren. Aber mein Chef, den interessiert es doch sowieso nicht. Äh, wird ein neuer LKW gekauft, ist gut. Da interessiert dieser 3-4 Meter Kratzer auch nicht am LKW. Abgesehen davon sind die bloß 80 erlaubt, also ich war auch ein Tick drüber. Also muss ich persönlich auch mal ein bisschen aufpassen, wie ich hier fahre. Cool wäre natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel, das sieht man ja wohl beim Navi, wenn man jetzt wirklich zu schnell fährt, dass ein Tuten auftaucht im Spiel oder so, oder ein kleines Piepen, dass man weiß, dass man zu schnell fährt. Das wäre natürlich auch eine coole Variante. Das sind alles so kleine Futures, die man sich vielleicht wünschen könnte in diesem Spiel. Das wäre ein Tick realistischer, finde ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Scheiße, was macht der denn hier? Ersthelfer Paule ist vor Ort, wir sind mitten auf der Autobahn. Was machen die da? Äh, das muss ich mir jetzt mal wirklich genauer ansehen. Ist alles gut bei euch da? Also, nur mal so eine kleine Frage, ne? Also, was macht ihr da? Rammelt ihr? Leute, alles gut? Der Sprinter und ein Caddy streiten sich um die Fahrbahn. Wer ist stärker? Liebe Leute, schreibt es in die Kommentare, Caddy oder Sprinter. Na gut, genug rumgespielt. Ja, okay, das war wieder sehr logisch. Achso, ich hatte die Handbremse angezogen. Ich habe gedacht, ich habe den neutralen Gang eingelegt, aber ich bin für den Caddy. Also, guck mal, jetzt streitet sich nur der eine. Da kommt der andere Verkehrer mitten hinein. Also, ich bin wirklich für den Caddy. Der hat den Sprinter wirklich ordentlich angepackt von der Seite. Das sah ja auch crazy aus gerade. Catchen hier zwei Autos um die Fahrbahn. Wäre stärker. Und keine Feuerwehr ist vor Ort, außer ich hier als Ersthelfer. Konnte leider nicht aussteigen, weil ich, ähm, ja, jetzt muss ich schnell was überlegen, den Anschnaller nicht abgekommen habe. Ähm, der ist so bombenfest, wirklich. Also, den bekommt man nur auf, wenn man zum Beispiel wirklich in eine Leitplanke fährt, also einen Verkehrsunfall baut. Dann geht das rucki zucki. Aber jetzt ging es natürlich persönlich nicht, aber da sind ja noch zig andere Leute. Ich bin jetzt einfach mal so ganz dreist vorbeigefahren. Hab natürlich keine Fotos gemacht, denn ich bin jetzt kein Gaffer oder so. Also, so wird es natürlich auch nicht laufen. Jetzt musste ich da auch eine kleine Vollbremsung hinlegen. Nur, weil sich da zwei KI-Fahrzeuge gestritten haben. Hab ich auch noch nie gesehen. Ist auch mal so eine kleine Neuigkeit hier. Kommt auch mal ein bisschen Spaß auf. Jetzt fahr ich mal wieder ein bisschen langsamer. Vielleicht auch ein bisschen auf den Standstreifen. Jetzt kommt das Dreikreuzschwerin. Oh ja, wir sind schon fast, glaube ich, da. Wenn mich nicht alles täuschen sollte. Ach ja, es ist schön, wirklich. Also, man sieht auch nur ganz, wie weit man noch fahren muss. Oder wo das Ziel genau ist, ne. Ich hab keine Ahnung, wo mich jetzt das hinschlägt. Magdeburg, Grabo, Rostock. Das ist ja fast in meiner Nähe. Mensch, huch. Also, soweit ist es gar nicht mehr entfernt. Ist hier sogar sozusagen mein Zuhause eingebaut worden, dieses Spiel. Also, das wäre ja... Das wäre ja awesome. Fahre ich an meinem Haus so vorbei, in meinem Real-Life-Haus. Das wär's. Ich glaube nicht, aber ich fahre ja Richtung Hamburg. Also, das ist noch ein bisschen... Ach, guck mal hier, ein bisschen weiter. So, und Caddy. Hallo. Hallo. Heute ist anscheinend Caddy-Tag in On the Road. Die Truck-Simulation. So, jetzt muss ich nochmal auf das Navi schauen, aber ich bin noch richtig... Oh, Gott sei Dank. Ich quatsch und quatsch und quatsch und gucke nicht auf das Navi. Da muss man auch drauf achten. Denn das spricht nicht mit ein. Also, da muss man wirklich selber drauf achten, wo man genau hinfährt. So, jetzt rase ich hier wirklich wortwörtlich über die Autobahn. So, neben mir ist jetzt jemand... Also, ich würde jetzt gerne mal rüber auf die linke Spur. Fährst du jetzt mal, oder was machst du jetzt hier? Ich würde jetzt gerne mal da rüber, denn die näher mir oder vor mir die Fahrzeuge sind ein bisschen langsamer. Was macht denn der? Ist das wirklich dein Ernst? Pumuckl? Warum bremst du? Was? Was zum... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn mit euch nicht Sahne hier? Was ist los mit euch? Warum bremst ihr mitten auf der Autobahn? Das hat euch die Fahrstuhl aber nicht so gut erklärt. Vielleicht haben sie irgendeine Störung mit der Kupplung oder mit dem Gas oder verwechseln das Gas mit der Bremse. Das könnte alles möglich sein. Ich weiß es echt nicht, warum sie einfach nur abbremsen. Um mich vielleicht ein bisschen zu ärgern, meine Aufnahme zu zerstören, soll ich vielleicht wieder einen Verkehrsunfall bauen? Hm. Wir sind ja nicht in einer Action-Serie, also das kann man jetzt nicht vergleichen. Ich möchte einfach nur ganz entspannt in meinen Lastkraftwagen sitzen, um einfach mal so ein bisschen zu entspannen, durch die Gegend zu fahren, euch ein bisschen etwas zu zeigen, aber irgendwie ist das hier noch nicht in Sicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll. Jetzt geht dieses Video schon über 20 Minuten. Wenn es wirklich jetzt noch länger dauern sollte, dann müsste ich dieses Video auch mal ich sag mal stoppen und vielleicht mache ich sozusagen noch eine weitere Folge. Ich weiß es aber noch nicht. Also das sehe ich ja dann, liebe Leute, ob ihr noch mehr Folgen sehen möchtet oder nicht. Vielleicht muss ich da dann in der nächsten Folge, wenn ihr das natürlich möchtet, eine neue Route aussuchen und die auch ein bisschen kürzer wäre. Also das ist hier wirklich sehr, sehr krass und sehr lang, diese ganze Strecke. Ich weiß nicht, wie lange ich noch fahren muss, wann genau ich da bin. Warum fährt der so langsam? Jetzt muss ich wieder abbremsen. Und was mir die ganze Zeit so auffällt, merkt ihr das auch? Ich bin der einzigste LKW-Fahrer. Haben wir Sonntag? Haben wir Sonntag im Spiel? Ich weiß es nicht. Das könnte natürlich möglich sein, dass man, dass die LKWs jetzt eine hohe Pause haben und ich hier der einzige Vollidiot bin, der arbeiten muss, obwohl er eigentlich frei ist oder ich frei habe, fahre ich mit einem LKW. Ich habe keine Ahnung. Also das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Also es fällt mir gerade zu auf oder ein, dass ich hier ganz alleine bin mit einem LKW. Jetzt überhole ich den einfach mal auf den Standstreifen, weil der kommt ja nicht aus dem Puschen hier. So macht man das hier. Aber nur im Spiel, nicht in Real Life. Nicht vergleichen, um Himmels Willen. Huch! Ich glaube, den habe ich gerade ein bisschen weggeschoben. Huch! Na gut, was macht der denn jetzt hier? Der hängt hinten dran. Der hat doch Sekundkleber an seinen Fahrzeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Oh, das sah eigentlich schön aus. Der ist ja voll reingefahren gerade. Ja, liebe Leute, also es ist hier wirklich on the road. Also es trägt wirklich den Namen mit Würde. Man ist auf der Straße unterwegs und man fährt und fährt und fährt. Man sieht ein Pferd, ja und fährt. Am meisten ist man nur auf der Autobahn unterwegs. Warum geht der Blinker jetzt nicht aus? Das ist halt eine wirklich sehr ausgiebige LKW-Simulation. Also man fährt wirklich sehr, sehr lange. Oh nein, nein. Ups. Jetzt bin ich ein bisschen abgebremst. So, was steht da jetzt am Schild? Das würde mich jetzt mal interessieren. Bin ich jetzt vielleicht schon fast da? Oder wie sieht denn das jetzt aus hier? Hamburg, Hornkreuz, Hamburg-Ost, Lübeck nach rechts. Ach ja, das könnte sich bloß nur um Stunden handeln. Bis ich dann irgendwie mal am Ziel ankommen würde. Noch mehr Schöder. Muss ich jetzt abfahren? Nein, muss ich nicht. Muss weiter Richtung Hamburg, Kreuz, Hamburg-Ost. Laut Navi müsste ich aber abfahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja auch schön, dass es mir so früh gesagt wird, dass ich abfahren muss. Jetzt muss ich wirklich ausschreckt die Handbremse aktivieren, damit ich noch ein bisschen Geschwindigkeit abnehme. Mensch, da freue ich mich ja doch schon ein bisschen. Wo soll ich jetzt hin? Nach links, wa? Ich glaube, ich muss nach links. Dann fahren wir halt nach links. So, kurze Verschnaufspause und dann kann es eigentlich auch wieder losgehen. Die rasante Fahrt. Was passiert, wenn jetzt die Ampel rot schalten würde? Oh nein. Was passiert, wenn ich über rot fahre? Ich probiere es jetzt einfach mal. Nein, ich muss euch enttäuschen, es war noch gelb, also ein bisschen grün war wieder mit drin. Ui, 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 nicht in den Gegendverkehr. So, jetzt sind wir fast in Lübeck und auch hier sind wieder die Straßen ein bisschen schmaler. Also so wie immer eigentlich. Wo verschlägt mich jetzt diese Reise hin? Fahre ich jetzt gleich wieder auf einer Autobahn? Das könnte durchaus möglich sein. Oh, Sprinter. Ja, mal sehen. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt, wo ich jetzt hier hingebracht werde. Oder ich bin jetzt eigentlich in einer Stadt. Das wäre natürlich jetzt mal Bombe. Vielleicht sehe ich auch ein bisschen mal Wasser. Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Wenn man zum Beispiel am Ziel ist, man aussteigen kann und sich einfach mal die Umgebung anschauen könnte. Zum Beispiel auch ein bisschen Wasser. Also Lübeck ist ja da oben, ne? In Deutschland. Vielleicht kann ich mir gleich ein bisschen Wasser ansehen, wenn ich hier überhaupt mal irgendwann ankommen sollte. Also irgendwie glaube ich das noch gar nicht. Soll ich jetzt wieder? Nein, oder? Ne. Ich wollte gerade sagen. Oh, Rotampel. Ne, ich riskiere das jetzt einfach mal nicht. Doch, ich soll wieder nach rechts. Mitten auf die Autobahn. Also ich wollte das jetzt nicht unbedingt ausprobieren, über die rote Ampel zu fahren. Ich möchte das natürlich auch ein bisschen realistischer rüberbringen. Da muss es jetzt nicht auch unbedingt sein, dass ich jetzt über Rot fahre. Ich mache das alles schon ein bisschen realistischer. Außer das Fahrverhalten, die Leute, muss ich dazu sagen oder zugeben, ist nicht jetzt so ganz bombastisch von mir. Das kann man vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Und wie gesagt, auch mit Lenkrad wäre es natürlich alles ein bisschen einfacher. Wenn das überhaupt über unterstützt ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit Eurotruck. Also da kann man auf jeden Fall mit Lenkrad spielen. Das weiß ich. Ob das hier der Fall ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Jetzt habe ich hier das Problem mit dem Lenkrad. Es lenkt sich einfach ein bisschen schwieriger. Jetzt fahre ich auf die nächste Autobahn. Also es ist wirklich eine lange, lange Reise, die ich hier hinlegen muss. Und so langsam ist das auch ein bisschen sehr lange. Ich fahre und fahre und fahre, komme aber irgendwie nicht an das Ziel an und hänge schon wieder an der Leitplanke. So, dann ziehe ich einfach mal ganz prompt hier rüber. Eigentlich müsste ich doch schon bald da sein. Das könnte sich jetzt auch nicht mehr so lange hinziehen eigentlich. so viele Kilometer sind das nicht mehr. Dann müssen wir mal sehen. Also ich fahre jetzt einfach mal ein Stückchen noch diese Autobahn und dann kommt vielleicht eine Abfahrt oder nicht. Vielleicht sehe ich das ja gleich. oder ist es wirklich so, dass ich eine Reise oder ein Ziel ausgewählt habe, das schon sehr, sehr weit entfernt ist. Das könnte natürlich sehr, sehr möglich sein, dass ich jetzt gerade komplett über die ganze Map heize. Weil das stelle ich mir gerade so ein bisschen vor. Weil das geht schon jetzt wirklich sehr lange. Jetzt läuft dieses Video schon fast 28 Minuten. Ich bin immer noch nicht am Ziel angekommen. Also ich weiß nicht, was ich mir jetzt ausgewählt habe. Kreuz Lübeck in 1 Kilometer in 1000 Meter. Tja, aber trotzdem muss ich dazu sagen, mal wieder, es macht trotzdem Laune. Auch wenn das Lenkverhalten nicht so schön ist, es macht trotzdem sehr viel Spaß. Einfach mal wieder so ganz entspannt in einem LKW zu sitzen. Ach, guck mal, da stand gerade Kiel Rostock. Ich werde nimmer. Ist dort jetzt wirklich das Ziel? Habe ich das Ziel vor Augen? Was? Nein. Nee. Nö. Ich stelle mich jetzt hier nicht an im Stau. Das könnt ihr gleich mal vergessen hier. Was ist denn das jetzt schon wieder? Muss der Papa sich hier an den Standstreifen vorbei quälen? Die lassen mich auch nicht durch. Ach, hier ist eine Baustelle. Gott. Das ist ja auch schön abgesperrt mit ganz vielen Barken, komplett über die ganze Bahn gezogen. Das ist doch Sicherheit pur. Also ich glaube, hier passieren bestimmt gar keine Unfälle. Nein. Das ist hier Sicherheit pur. Also hier wird die Sicherheit wirklich sehr groß geschrieben in On The Road und irgendwie passiert ja auch nichts auf der Fahrbahn. Das wird einfach abgesperrt, weil sie gerade dazu Lust haben. So kommt mir das gerade so vor. Ach, was mit dir jetzt hier? Ich habe gedacht, der fährt nicht rüber. Habe ich mich doch gerade ein bisschen getäuscht. So, ich glaube und somit geht es auf die nächste Autobahn. Also überall, wo man hinsehen könnte oder kann, sind Windräder, Bäume, ein bisschen Sonne, Wolken und ganz viel Autobahn. Ach, guck mal, Kiel. Nee, nee. Ich sage Kiel, nicht Leitplanke. Hamburg, Bars, Büttel. Was ist ein Bars, Büttel? Kenne ich gar nicht. Also wir wollen auf die A20, also Richtung Kiel. Also sollte ich jetzt auf der richtigen Spur sein. Ich gebe jetzt einfach nochmal richtig, richtig Vollgas mit meinen Colors und dann bin ich doch hoffentlich eigentlich am Ziel. Guck mal hier, auch wunderbar abgesperrt, also das gibt wirklich riesen Pluspunkte, nicht. Das sind wirklich sehr lustige Autobahnen hier und sehr schöne Baustellen. Nichts wird an der Fahrbahn gemacht, ich weiß gar nicht, könnte man eigentlich theoretisch hier im Spiel durch die Baken durchfahren? Das weiß ich nicht. Oder wird man doch abgebremst wie in der Leitplanke? Es könnte auch sehr möglich sein, dass sie durchgängig sind, also dass man einfach durchfahren kann, dass man optisch eine Barke sieht, aber theoretisch man einfach durchfahren könnte. Weil dann hätte ich mir diesen Weg auch gerade ein bisschen ersparen können. Ha, weiß ich nicht. So, darf ich jetzt irgendwann mal von der Autobahn abfahren, denn irgendwann möchte ich auch mal wirklich am Ziel sein und dieses Video beenden. Ich weiß nicht, liebe Leute, wie findet ihr das, dass es wirklich so lang ist, dass man wirklich so lange fahren muss, meine ich damit, dass man an seinem Ziel ankommt. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich eine LKW-Simulation, also muss man sehr viel Zeit haben, das weiß ich natürlich selber. Aber vielleicht hätte ich mich wirklich erstmal informieren müssen, wie weit ich überhaupt fahren muss, aber leider stand das nicht da. Also kann ich auch leider nichts dafür. Oh Gott. ein bisschen auf dem Rasen fahren ist auch mal schön. Muss auch mal sein. Warum auch nicht? Ich glaube, wir sind auf einer Landstraße. Ja, was heißt eine Landstraße? Kommt jetzt gleich die nächste größere Stadt? Kommt gleich Kiel? Mal sehen, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bretter hier wirklich dermaßen über die Straße, koste was es wolle. Das funktioniert ungefähr, obwohl die Straßen jetzt auch wieder hier ein bisschen schmaler sind als sonst. Funktioniert jetzt auch trotzdem tadellos. Ach ja. Also es gibt jetzt Oh, Wasser. Ne, es gibt jetzt bloß nur eine Möglichkeit, wie man jetzt wirklich Freude bekommen könnte in diesem Spiel, dass man jetzt richtig viel Wasser sehen könnte. Das wäre wunderbar. Also ich habe jetzt gerade einen kleinen Fluss gesehen, aber das macht jetzt auch die Freude nicht höher. Mal schauen, aber wie man das die ganze Zeit sehen kann, die Fahrzeug-KI spawnt einfach wo sie möchte. Das sieht schon ein bisschen kurios aus oder auch ein bisschen merkwürdig. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, okay, oh, was? Ach ja, Leute, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Soll ich jetzt hier ganz alleine im LKW sitzen? Habe ich jetzt den Rückwärtsgang? Nein, immer noch nicht. Rückwärtsgang? Hallo? Hey, lass mich jetzt nicht im Stich. Okay, ich glaube, wir haben gerade den LKW ein bisschen überfordert. Ich war gerade im Rückwärtsgang, aber das will nicht. Doch, so, jetzt, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir raus wieder hier, ab. So. Ich würde schon, genau, in den ersten Gang wieder rein. So, kurz einmal schalten. Nicht rückwärts, LKW, bleib ruhig. Also, der tickt die förmlich aus. Ne, also, eine Warnblicke Anlage brauche ich jetzt auch nicht. Ähm, ne. so, genau, jetzt haben wir es. Nach, wirklich, sehr vielen Tastendrücken bin ich jetzt eigentlich im ersten Gang und kann fortfahren. Fortfahren, obwohl ich einmal infahre. Kann ich einmal infahren. So, jetzt hänge ich gerade so ein bisschen in der Rille hier. Das merkt man gerade. Oh, oh Gott. Ach, trotzdem noch geschafft. Ähm, liebe Leute, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt findet hier. Also, es geht dieses Video schon über 30 Minuten. Ich weiß gar nicht, wer sich das anschaut. Ich würde mich sehr tierisch darüber freuen, wenn ihr mal gerne die Bewertung zu diesem Spiel unter diesem Video in die Kommentare schreiben würdet und gerne auch mal reinschreiben würdet, könntet, was auch immer. Ob ihr es auch so schön findet wie ich, wenn man jetzt wirklich so lange fahren muss, findet ihr das eher positiv oder negativ. Also, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Und ihr könntet gerne mal reinschreiben, ob ihr mehr Folgen sehen möchtet von On The Road, die Track-Simulation. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle, obwohl ich dieses Ziel noch nicht erreicht habe, dieses Let's Play beenden. Oh Gott. Und vielleicht sieht man sich dann in der nächsten Folge noch einmal wieder von On The Road und wie immer, liebe Leute, wünsche ich euch jetzt trotzdem noch einen angenehmen, ja, oder einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.